Heinz, ich liebe diese Frau noch Heinz, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr. In mir ist heute schwar um Heinz. Tja, da das ja wieder die Hütte offen für Null ist. Ja, die soll machen, dass sie sich verpisst, die Alte. Die hat mich echt über den Leisten barriert, über Monate habe ich alles bezahlt, ja. Nicht zu vergessen die ganzen Babyklamotten, die ich gekauft habe, die zieht der Schmittchenbauer dem Kind jetzt an. Aber mit dem wollte ich nicht abrechnen, Heinz, ich habe keinen Bock auf Schwitzwäsche mit dem Schmittchenbauer. Beleg nicht. Ne Heinz, dafür bin ich zu stolz. Das ist so ein Arschloch, ne. Das ist so ein Arschloch. Dann haben wir einsichert. Da geht's. Vielen Dank.